Ich komme damit zur mündlichen Anfrage 32 des Herrn Abgeordneten Schwert von der Fraktion der Piraten. Thema Veröffentlichung von Geheimdokumenten der NSA-Abteilung TAO. Und ich bitte Herrn Minister Jäger um Beantwortung dieser mündlichen Anfrage. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Abgeordneten. Und bevor ich die Frage beantworte, möchte ich in der Sache noch eines klarstellen. Ob die von den Piraten zitierten Zeitungsmeldungen zutreffen oder nicht, kann diese Landesregierung nicht beurteilen. Wir würden es gerne, wenn wir dies tun könnten. Das liegt auch nicht an mangelnden Interesse. Ganz im Gegenteil, ich sage dazu ganz offen, ich finde es auch äußerst unglücklich, Neuigkeiten über mögliche Überwachungstechniken anderer Staaten aus der Zeitung erfahren zu müssen. Fakt ist allerdings, der Arm dieser Landesregierung reicht weit, allerdings nicht bis zum Weißen Haus in den USA. Das ist möglicherweise für den einen oder anderen unbefriedigend, aber Tatsache. Deshalb gilt nach wie vor das und auch heute das, was ich zu den zahlreichen Anträgen der Piratenfraktion in den vergangenen Monaten bereits gesagt habe. Die Landesregierung hat keine verlässlichen Kenntnisse darüber, ob und wenn ja, in welchem Ausmaß Daten von der NSA abgegriffen wurden oder noch immer abgegriffen werden. Was Ihre konkrete Frage bezogen auf den Schutz von Unternehmen angeht, darüber haben wir im Sommer letzten Jahres ausführlich debattiert, am 11. Juli, um ganz genau zu sein. Ich will diesen Teil nicht an dieser Stelle noch einmal wiederholen. Darüber hinaus können wir nur dafür Sorge tragen, die IT-Technik der Landesverwaltung so sicher wie möglich zu machen. Dazu gehört es auch, den elektronischen Zugang zu den Behörden weiterhin nur über eine einzige Stelle zu ermöglichen. Diese Stelle ist mit der modernsten Technik auszustatten. Zum Schutz dieser Technik trägt ganz entscheidend auch das sogenannte Computer Emergency Response Team, kurz ZERT, bei. Zudem hat der IT-Planungsrat im letzten Jahr eine Leitlinie für mehr Sicherheit in der öffentlichen Verwaltung verabschiedet. Diese Leitlinie ist für Bund und Länder verbindlich. An der hat mein Haus aktiv mitgearbeitet. Wir sind aktuell dabei, diese Leitlinie umzusetzen. Federführend hierbei ist der CIO. Der erste Schritt, die Bestandsaufnahme, soll im Laufe dieses Jahres abgeschlossen sein. Ich hoffe, das genügt für Ihre Beantwortung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Für die Fraktion der Piraten hat die Frau Kollegin Brandt sich gemeldet. Jetzt funktioniert es. Vielen Dank. Ist der Landesregierung die Relevanz und Bedeutung des Überwachungsskandals, gerade nach den jüngsten Enthüllungen von Edward Snowden, rund um den Tailored Access Operations, TAO, für Nordrhein-Westfalen bewusst? Bitte schön, Herr Minister. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, ich hatte ja eingangs schon gesagt, wir können nicht beurteilen, ob diese Presseberichterstattungen zutreffend sind oder nicht zutreffend sind, unabhängig von deren Wahrheitsgehalt, was unsere Bemühungen in Richtung nordrhein-westfälischer Unternehmen angeht. Jetzt hatte ich bereits erwähnt, dass wir dazu am 11. Juli letzten Jahres hier debattiert hatten. Wir schätzen den Schaden auf etwa 50 Milliarden Euro, der durch illegalen Abzug sensibler Betriebs- und Geschäftsdaten und deren Geheimnisse in Deutschland verursacht wird. Und zwar jedes Jahr. Viele Unternehmen haben in Nordrhein-Westfalen einen ziemlich guten Ruf, und das zu Recht. Deshalb darf der Schutz von Daten von diesen Unternehmen auch nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Wir sind der Auffassung, wer seine Daten schützen will, muss auch Geld in die Hand nehmen. Das ist eine, ich glaube, Investition, die sich auch langfristig auszahlt. Seit mehr als zehn Jahren ist das ein Hauptthema der Wirtschaftsspionage beim nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz. Wir haben da einen sehr engen Dialog mit den Unternehmen und mit den Handwerkskammern in Nordrhein-Westfalen. Das ist übrigens dieses Verhältnis, das ist, glaube ich, Nordrhein-Westfalen typisch, auch nicht typisch für andere Bundesländer, vom großen Vertrauen geprägt zwischen Verfassungsschutz und den Unternehmen. Das ist nicht ganz selbstverständlich, weil natürlich auch die Unternehmen dabei Einblicke in ihre Strukturen offenbaren müssen. Wir haben im Rahmen von 210 Informationsveranstaltungen allein im letzten Jahr circa 4.600 Multiplikatoren der nordrhein-westfälischen Wirtschaft dahingehend sensibilisiert, den richtigen Umgang mit Daten zu wählen und auch sensibilisiert im Hinblick auf Spionage und Cybercrime. Sie wissen selbst, die beste Firewall nützt nichts, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Handys oder Smartphones oder Tablets irgendwo unbeaufsichtigt liegen lassen. Viel zu schnell ist eine Schadsoftware dort aufgelagert und führt zu entsprechenden Schäden. Das Gleiche gilt für USB-Sticks und E-Mail-Anhängen. Hier beraten wir die Unternehmen sehr ausführlich, wie gesagt, mit Kooperationspartnern. Das sind Handwerkskammern und insbesondere die Industrie- und Handelskammern. Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine ausgezeichnete zwölfjährige Partnerschaft auf der Grundlage. Und trotzdem müssen wir ehrlich sein, es wird auch zukünftig keine hundertprozentige Sicherheit für nordrhein-westfälische Unternehmen geben, insbesondere gegen hochprofessionelle Attacken, möglicherweise es hinnehmen zu müssen, dass da auch sensible Daten abfließen. Aber da, wo wir beratend sensibilisieren können, tun wir das in außerordentlichem Umfang. Vielen Dank. Herr Minister, ist der Landesregierung bewusst, dass nach den neuesten Enthüllungen davon ausgegangen werden muss, dass auch in Nordrhein-Westfalen keine Steuererklärung, keine elektronische Gerichtsakte, keine Patientenakte, keine SMS, sei es von Bürgern oder von Regierungsverantwortlichen, keine E-Mail, kein elektronischer Personalausweis und kein Online-Banking wirklich sicher ist und personenbezogene, private und oder vertrauliche Daten abgefangen, gespeichert, ausgewertet und manipuliert werden können. Bitte schön, Herr Minister. Herr Abgeordneter, ich habe ja eingangs schon gesagt, wir können den Wahrheitsgehalt dieses Spiegelartikels nicht überprüfen. Wir haben in den vergangenen Monaten im anderen Zusammenhang mit NSA schriftlich wie mündlich gegenüber dem Bundesinnenministerium deutlich gemacht, dass wir uns da Informationen wünschen. Das Bundesinnenministerium hat regelmäßig geantwortet, dass konkrete Erkenntnisse nicht vorliegen. Und wenn ich das mal diplomatisch ausdrücken will, Herr Paul, ich komme inzwischen zu dem Schluss, dass diese Aussage an gewissen Wahrheitsgehalt hat. Dankeschön. Es gibt eine Frage des Herrn Abgeordneten, Kern von der Fraktion der Piraten. Vielen Dank. Herr Minister, Sie haben gerade ausgeführt, die Bemühungen der Landesregierung hinsichtlich Informationsangeboten an die Wirtschaft, um dort die entsprechende IT-Infrastruktur zu schützen. Sie haben gerade mal darauf hingewiesen, dass Sie jetzt keine noch nicht abschließend oder dass keine gesicherten Erkenntnisse darüber vorliegen, über den Wahrheitsgehalt der bisheren Veröffentlichung von Snowden. Gleichwohl deutet ja alles darauf hin, weil zumindest das Gegenteil konnte noch nicht bewiesen werden. Insofern wäre es ja der Situation angemessen, sich sozusagen darauf vorzubereiten, dass das tatsächlich zutrifft, was Herr Snowden bislang geäußert hat vor diesem Hintergrund. Meine Frage, welche konkreten ersten Schritte hat denn die Landesregierung unternommen, jetzt um ihre eigene IT-Infrastruktur zu schützen, abgesehen davon, dass Sie sich in dem Response-Team um die Erarbeitung von Richtlinien gekümmert haben? Vielen Dank. Bitte schön, Herr Minister. Herr Abgeordneter, ich dachte, ich hätte es ausgeführt, aber ich würde es gerne noch einmal verdeutlichen, dass die Aufbauorganisation, insbesondere der IT-Verwaltung beim Land Nordrhein-Westfalen, so organisiert ist, dass wir an einer Stelle eine Fördnerfunktion haben, das ist IT NRW. Wir haben nicht erst begonnen, sondern es ist ein laufender Prozess, der in der Vergangenheit bereits stattgefunden hat und in Zukunft auch weiterhin stattfinden wird, dass IT NRW mit dem, was an Technologie zur Verfügung steht, ausgestattet sein muss, um das Abschöpfen von Daten aus der Landesverwaltung zu verhindern. Nur um eine Kennzahl zu nennen, IT NRW verzeichnet auf die Serverstruktur des Landes Nordrhein-Westfalen im Monat etwa 5 Millionen Angriffe, überwiegend harmloser Art, aber wöchentlich einige schwere. Das zeigt, dass vieles, was an Attacken gegenüber den Datenbeständen des Landes Nordrhein-Westfalen erfolgt, erkannt wird von IT NRW. Es ist allerdings auch nicht auszuschließen, dass, wenn Spiegelberichterstattung zuträfen, dass bereits in den Hardwarekomponenten einzelner Hersteller Schadstoffsoftware installiert wurde, ist das weder für den Kunden noch für die Landesregierung in irgendeiner Weise erkennbar. Dankeschön, Herr Minister. Herr Kollege Schmalenbach hat sich vermeldet von der Fraktion der Piraten. Aus den jüngsten Veröffentlichungen geht hervor, dass die NSA in ihrer Abteilung Tau ein Programm namens Quantum Theory entwickelt hat, mit dem es ihr möglich ist, via Control-Server und Fox-Asset-Server Zielrechner im Internet zu kompromittieren, zu überwachen und zu übernehmen. Vor diesem Hintergrund frage ich Sie, sind der Landesregierung versuchte oder erfolgte Angriffe auf Rechner bekannt, die aus dem Quantum Theory-Netzwerk erfolgten. Bitte schön, Herr Minister. Ich hatte Ihnen gerade geschildert, dass wir es monatlich mit etwa 5 Millionen Angriffen auf die IT-Struktur des Landes Nordrhein-Westfalen zu tun haben. In der Regel ist der Verursacher nicht erkennbar. Deshalb kann es weder bestätigt noch ausgeschlossen werden. Danke. Herr Kollege Bayer hat sich gemeldet von der Fraktion der Piraten. Vielen Dank. Herr Minister, bei diesem Quantum Theory-Programm ist ein wesentlicher Punkt, dass beispielsweise die Fox-Asset-Server auch direkt möglichst nah am Angriffsziel stehen müssen. Das heißt, die Qualität der Angriffe ist schon eine andere, als wenn irgendwie ein Angriff von irgendwo stattfindet. Ich entnehme jetzt Ihren bisherigen Äußerungen, dass Sie bzw. die Landesregierung nicht ausschließen kann, dass in NRW jetzt Server stehen oder gestanden haben, die zu diesem Quantum Theory-Netzwerk der NSA gehören, also auch ob jetzt Fox-Asset-Server dort stehen. Wie bewertet die Landesregierung die genannten Methoden und Maßnahmen der Quantum Theory-Programme, insbesondere hinsichtlich der Sicherheitsgefährdung der NRW-Bevölkerung und der ansässigen Unternehmen und Landesbehörden? Wie wir wissen, haben wir ja besonders wichtige Unternehmen hier, für die es sicherlich ein interessantes Ziel ist. Bitte schön, Herr Minister. Ich hatte ja schon eingereitertes gesagt, ich wiederhole es nochmal, wir können den Wahrheitsgehalt dieser Spiegelveröffentlichung nicht bewerten, dazu fehlen uns Erkenntnisse. Treffen Sie zu, wohlgemerkt im Konjunktiv, empfinde ich es insgesamt als seltsam, dass Nachrichtendienste befreundeter Staaten nicht für die eigene Sicherheit, sondern offensichtlich das Zugewinnen der eigenen heimischen Wirtschaft, insbesondere Wirtschaftsspionage in Richtung befreundeter Staatenunternehmen. Was ich davon halte, habe ich mehr als deutlich gesagt. Aber ich will nochmal wiederholen, auch ganz konkrete Nachfragen bei den Bundesstellen, insbesondere beim Bundesinnenministerium, haben offenbart, dass zumindest von dort erklärt wird, keine näheren Kenntnisse zu haben. Dankeschön. Für eine zweite Frage hat sich der Kollege Schmarrnbach gemeldet. Ja, vielen Dank. Sie weisen ja immer darauf hin, was Sie schon alles bewertet haben. Deswegen tatsächlich mal eine Bewertungsfrage. Wie bewertet die Landesregierung die genannten Methoden und Maßnahmen der Quantum Theory Programme, insbesondere hinsichtlich der Sicherheitsgefährdung der NRW-Bevölkerung, der ansässigen Unternehmen und Landesbehörden? Ja, dann auch hier jetzt nochmal so präzise, wie Sie die Fragen gestellt haben, so präzise die Antwort. Wir können nicht Maßnahmen bewerten, von denen wir nicht wissen, ob sie stattgefunden haben oder nicht stattgefunden haben. Dankeschön. Herr Kollege Lambert, zu seiner Frage. Aus den Enthüllungen von Snowden ist bekannt geworden, dass die NSA der amerikanischen Firma RSA 10 Millionen Dollar zukommen lassen hat, um einen Zufallszahlengenerator zu manipulieren, der anschließend in den Produkten der Firma RSA verwendet worden ist. 2011 ist bereits die Firma RSA dadurch aufgefallen, dass bei einem digitalen Einbruch in dieser Firma Sie zum Generalschlüssel sowie Seriennummer entwendet worden sind. Daraufhin sind 40 Millionen RSA-Tokens, so wie wir sie auch hier im Landtag verwenden, ausgewechselt worden. Ich frage Sie in diesem Hinblick, in welchem Umfang finden die Produkte der US-Firma RSA in den Behörden und Organen des Landes Verwendung? Herr Minister. Das kann ich jetzt nicht beantworten, weil es deutlich über die eigentliche Fragestellung hinausgeht. Auch Sie haben jetzt noch einmal das als Fakt dargestellt, dass es so stattgefunden hat. Das können wir nicht beurteilen. Artikel 32 Absatz 1 unserer Verfassung regelt ja, dass die Vertretung der Bundesrepublik Deutschland und damit auch der Länder ausschließlich vom Bund vorgenommen wird. Wir haben ausschließlich zwei Landesvertretungen außerhalb Nordrhein-Westfalen, eine in Berlin und eine in Brüssel. Und somit können sich unsere Erkenntnisse nur darauf beziehen, was insbesondere Bundesstellen und hier das Bundesinnenministerium uns auf Nachfragen erklärt hat. Nämlich die Antwort lautet, selbst keine Erkenntnisse zu haben. Dankeschön. Zu einer Frage hat sich der Kollege Schulz gemeldet. Vielen Dank, Herr Präsident, nicht Herr Vorsitzender. Ja, auch daran anknüpfend, wie aber auch an viele andere Aspekte, die bereits angefragt worden sind, ganz speziell natürlich auch bezüglich der Erkenntnisse, die Sie noch nicht haben. Wenn Sie denn die Erkenntnisse vorliegen haben, beabsichtigt die Landesregierung dann, Gewährleistungsansprüche oder gar Schadensersatzansprüche für etwa fehlerhafte oder manipulierte in den Behörden und Organen des Landes verwendete Verschlüsselungshart und Software geltend zu machen beziehungsweise dann Schadensersatz zu fordern. Herr Minister. Also ich glaube, dass man Schadensersatzforderungen nur dann stellen kann, wenn einem bekannt ist, dass ein Schaden entstanden ist. Das ist aus den genannten Ursachen zurzeit etwas schwierig, weil wir nicht einmal wissen, ob jemand versucht hat, Schaden zuzufügen, geschweige denn, ob einer entstanden ist. Aber es ist immer deutlich zu sagen, ich glaube, dass die Aufarbeitung dieser NSA-Affäre keine technische ist, sondern insbesondere eine politische ist. Und ich glaube, dass die Bundesregierung gut beraten ist, auf ein echtes No-Spy-Abkommen mit den USA zu drängen, und zwar auf ein echtes und auf kein weichgespiegeltes. Meine persönliche Meinung, das ist, wie gesagt, nur meine persönliche Meinung, nicht die Meinung der Landesregierung ist, man kann eher auf ein Spy-Abkommen verzichten, wenn es windelweich ist und wenn es keine klaren Kriterien enthält. Dankeschön. Der Herr Kollege Uliak für den Rat hat sich gemeldet. Ja, vielen Dank. Meine Damen und Herren, Solaris als Serverbetriebssystem, welches seit 2010 dem Unternehmen Oracle gehört, dessen Geschäftsführer Larry Ellison gesagt hatte, die Überwachung der NSA sei wichtig und klasse, wortwörtlich, lässt mich einfach fragen, in welchem Umfang setzt die Landesregierung Solaris, Server oder Oracle-Produkte in sicherheitsrelevanten Behörden beziehungsweise Bereichen ein, zum Beispiel dem Ministerium für Inneres und Kommunales, Finanzministerium, Polizei, Feuerwehr, Strafvollzugseinheiten oder öffentliche Daseinsvorsorge. Vielen Dank. Herr Abgeordneter, ich vermute mal, dass diese Frage eher rhetorischer Natur war, als dass Sie tatsächlich eine konkrete Antwort erhalten wollten. Ich mache noch mal deutlich, das geht deutlich über den eigentlichen Fragegrund hinaus. Ich bin jetzt zurzeit nicht in der Lage zu beantworten, welchen Servertyp welche Behörde bei der Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen benutzt. Vielen Dank, Herr Kollege Dümel hat sich gemeldet. Ja, Herr Minister Jäger, ich versuche es dann vielleicht etwas allgemeiner. Sie sprachen ja gerade auch eine gewisse Bestandsaufnahme an. Werden Sie, sprich die Landesregierung, Ihre Server und sonstige Hardware dabei ganz oder teilweise auch auf mögliche Spionageimplantate dann hin überprüfen? Also sofern es dazu technische Möglichkeiten gibt, gehe ich fest davon aus, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei IT NRW ohnehin ausreichend sensibilisiert sind und im Rahmen der technischen Möglichkeiten das, glaube ich, zum Tagesgeschäft gehört. Vielen Dank für eine zweite Frage, hat sich der Herr Kollege Ullerk gemeldet. Ja, vielen Dank. Um der Fragestellung nach den Tellert Access Operations, Tau, deren Aufgabe es ist, explizit einzelne Produkte zu manipulieren, um sie überwachbar zu machen, gerecht zu werden, formuliere ich eine Frage, die sich mir in diesem Zusammenhang, weil Sie dies ja gerade einforderten, wer eine spezifischere Frage stellt, bekommt eine spezifischere Antwort, würde ich ganz gerne wissen, in welchem Umfang setzt denn dann die Landesregierung Power-Edge-Server von Dell ein, Dell, die Produkte des Herstellers, die wir hier ebenfalls zum Beispiel im Landtag hauptsächlich einsetzen? Vielen Dank. Offen gestanden, ich überlege gerade, welchen privaten Server ich zu Hause habe und ob ich dessen Fabrikatsnummer und Hersteller kenne. Also, ernsthaft, ich bin jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage, Ihnen aus meinem Gedächtnis heraus eine Liste aufsagen zu können, welche Fabrikate von welchem Hersteller im Rahmen der Hardware-Ausstattung der einzelnen Behörden in Nordrhein-Westfalen wo stehen. Ja, man muss auch mal Schwächen zugehen. Es gibt eine weitere Frage von den Kollegen von den Piraten. Herr Kollege Winger. Vielen Dank. Unter den neuen Veröffentlichungen befinden sich Listen mit Sicherheitslücken und Backdoors, die in Routern und Firewalls unterschiedlicher Hersteller bestehen und die die NSA nutzen kann, um in die Computernetzwerke einzudringen und Rechner anzugreifen. Sind unter den betroffenen Routern und Firewalls auch Geräte, die die Landesregierung oder andere Behörden des Landes Verwendung führen, beziehungsweise ist dies überhaupt überprüft worden? Bitte schön, Herr Minister. Da muss ich bedauerlich gleicherweise antworten bei der Frage zuvor. Über solche technischen Details kann ich im Rahmen einer parlamentarischen Fragestunde bedauerlicherweise keine Auskunft erteilen. Wenn ich es könnte, würde ich es natürlich tun. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, da ich von der Sache zu wenig Ahnung habe, um das letztlich unterhalten zu können, bitte ich Sie aber doch sehr herzlich, auch Fragen zu stellen, die im Zusammenhang mit der Frage eingereicht worden sind, die an die Landesregierungen gestellt worden sind. In der Sache kann ich das jetzt bei der einzelnen Frage nicht beurteilen. Bitte einfach um Verständnis. Aber wir haben eine weitere Wortmeldung, das ist der Herr Kollege Sommer hat sich gemeldet. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Erstmal vorab, bevor die eigentliche Frage kommt, Herr Minister, würde es mich sehr freuen, wenn Sie die Fragen, die Sie jetzt hier nicht direkt beantworten können, könnten Sie uns die im Nachgang dann schriftlich liefern, die Beantwortung. Das wäre sehr schön. Ist das Ihre Frage? Nein, das ist nicht meine Frage. Das habe ich ja gerade gesagt, bevor ich zur eigentlichen Frage komme. Zur eigentlichen Frage. Sie erwähnen ja eben den neu eingerichteten Posten eines CIO hier in Nordrhein-Westfalen. Da würde mich mal einfach das Verhältnis interessieren, wie viele Fachleute unterstehen dem CIO direkt in seiner Abteilung? Und dazu im Verhältnis, für wie viele IT-Systeme sind diese Menschen in der Landesverwaltung im Land Nordrhein-Westfalen insgesamt zuständig? Und beides bitte, hätte ich gerne gewusst, in der Endausbaustufe, also sowohl bei der Abteilung des CIO, die Abteilung ist ja gerade erst im Aufbau, wie auch bitte bei der zweiten Zahl der Systeme in der Endausbaustufe, weil es ja da noch anscheinend Verhandlungen gibt, dass auch die Systeme der Polizei vom CIO später mal betreut werden sollen. Vielen Dank. Herr Präsident, wenn ich das richtig verstanden habe, sind zwei Fragen an mich gerichtet worden. Das geht über das übliche Rahmen, geht das hinaus, aber ich bin gerne bereit, beide Fragen zu beantworten. Die Frage zu den Servern, welche Servertechnik, welche Fabrikate, welchen Hersteller sie wir in welcher Behörde benutzen, will ich gerne Ihnen schriftlich beantworten, sofern dies in zumutbarer Zeit und in einem zumutbaren Umfang möglich ist. Das ist zur ersten Frage. Zum Zweiten glaube ich, dass Sie eine etwas unpräzise Vorstellung dessen haben, was Aufgabe des CIO ist. Die Aufgabe des CIO ist es nicht, die Sicherheit innerhalb der IT-Struktur in Nordrhein-Westfalen zu überprüfen, sondern Aufgabe des CIO ist es im Wesentlichen, die Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen-IT-Planungsraten sicherzustellen und nach innen so zu wirken, dass die IT-Strategie des Landes Nordrhein-Westfalen kompatibel ist mit den übrigen Bundesländern, den Kommunen und auch dem Bund. Die Aufgabe, die Sicherheit für das Netz in der Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen zu gewährleisten, ist Aufgabe von IT-NRW. Ich hatte gerade die Förtner-Funktion dieser Behörde dargestellt. Aus meiner Erinnerung heraus, muss ich Ihnen sagen, arbeiten da circa 1.800 Menschen, wobei die nicht alle mit der Sicherheitsüberprüfung und dem Support für das IT-Netz beauftragt sind, sondern Sie wissen, dass IT-NRW insbesondere aufgenommen hat, die ursprüngliche Aufgabe des Landesamtes für Statistik. Das heißt, ein großer Teil dieser Mitarbeiter ist auch mit statistischen Aufgaben betraut. Die Differenzierung zwischen diesen beiden Aufgaben, was personelle Ressourcen angeht, können wir Ihnen sicherlich nachliefern. Vielen Dank. Zu einer zweiten Frage hat sich der Kollege Kern von der Fraktion der CDU. Vielen Dank. Herr Minister, auf dem Chaos Communications Kongress Ende Dezember letzten Jahres in Hamburg wurde darauf hingewiesen, dass die besagte NSA-Abteilung, die ja in der Eingangsfrage genannt wurde, so vorgeht, dass sie bei Bestellungen von Kunden die Lieferung abfangen von irgendwelchen Herstellern, Computerherstellern, die Sendung wird abgefangen, manipuliert, gegebenenfalls mit Implantaten versehen. Meine Frage an Sie. Prüft die Landesregierung ihre Hardware darauf, ob diese manipuliert und dort gegebenenfalls Implantate eingebaut wurden? Bitte schön, Herr Minister. Ich hatte Ihnen ja bereits erläutert, dass derartige Fragen unmittelbar mit der NSA durch Bundesbehörden eigentlich zu klären sind. Und dass nach meinem Verständnis Nachrichtendienste, die das gegenüber einem befreundeten Staat tun, erstens unterlassen sollten und zweitens Auskunft darüber geben sollten, ob und in welchem Umfang es in der Vergangenheit stattgefunden hat. Bei meinen rudimentären technischen Kenntnissen gehe ich davon aus, wenn es in der Vergangenheit stattgefunden haben sollte, ist es für alle Kunden einschließlich der Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen äußerst schwierig zu erkennen, ob Hardwareprodukte in derartiger Weise manipuliert worden sind. Herr Minister, ich begrüße ja immer, dass die Landesregierung auch dem Bürger verfahrensleitende Hinweise in wohlbestellter Sorge gibt. Jetzt hat der Minister Kutschaty im Zusammenhang mit der Vorstellung des Strafverfolgungsberichtes eine Äußerung getan, die mich nachdenklich stimmt. Und da frage ich ja, ist das die Meinung der Landesregierung? Er hat nämlich gesagt, seitdem er sich hier mit diesen Problemen IT und Cybercrime beschäftigt, seitdem macht er kein Online-Banking mehr. Das ist ja eine klare Aussage darin, die mich als betroffenen Bürger dann fragen lässt, also wenn ein Minister das schon so sagt hat, lasst man dann mal lieber sein. Entspricht das auch Ihrem Erfahrungsschatz, dass hier der Justizminister zu Recht sagt, also das ist so eine gefährliche Kiste, da lasse ich lieber die Finger davon? Welche Position bezieht zu dieser Aussage die... Das waren auch wieder zwei Fragen, aber auch hier will ich beide gerne beantworten. Herr Ellerbrock, unzweifelhaft gibt es beim Online-Banking insbesondere dann, wenn zu leichtfertig mit Tarnummern oder Passworten umgegangen wird, erhebliche Risiken, dass Menschen mit krimineller Energie solche Nachlässigkeiten sich zunutze machen und tatsächlich im Rahmen des Online-Bankings zu Schaden bei Privatkunden, aber auch Unternehmen kommen kann. Hier eine Empfehlung seitens der Landesregierung, in welcher Weise die Menschen in diesem Land Online-Banking nutzen sollten oder nicht, findet nicht statt, weil ich glaube, dass die Menschen das selbst entscheiden sollten. Und wenn sie Hinsicht der privaten Gewohnheiten, denn ich glaube nicht, dass Herr Kutschaty dies in seiner Funktion als Minister, insbesondere was im Zahlungsverkehr des Justizministeriums angeht, geäußert hat, sondern eher in seiner Frage, wie er privat sein Banking handhabt, würde ich vorschlagen, ihm auch privat diese Meinung zu stellen. Dankeschön. Nun hat sich Frau Kollegin Pieper gemeldet. Ja. Vielen Dank, Herr Minister. Ich möchte gerne wissen, ob die Landesregierung in sicherheitsrelevanten und sensiblen Bereichen auch Computersysteme verwendet, die explizit nicht am Internet sind, um diese vor Gefahren zu schützen. Herr Minister. Ich grübe gerade, ob ich das in öffentlicher Sitzung sagen darf. Ich glaube nicht. Aber ich will es mal so formulieren, Frau Abgeordnete, Sie können davon ausgehen, dass gerade in sicherheitsrelevanten Bereichen der Landesverwaltung und des Innenministeriums darauf geachtet wird, dass keine Manipulationen über eine Internetverbindung stattfinden können. Vielen Dank. In der zweiten Frage hat sich der Kollege Büngel gemeldet. Vielen, vielen Dank, Herr Minister. Das lässt mich eigentlich nochmal auch dann nachhaken. Und ich muss gestehen, vor einem halben Jahr hätte ich jemandem, der diese Frage stellt, wahrscheinlich noch gesagt, er soll seinen Aluhut aufziehen und gehen. Es gibt aus den Snowden-Dokumenten unter dem Codenamen Angry Neighbor Berichte darüber, dass die NSA Radarwanzen einsetzt, die selber keine Funksignale einsetzen und aus der Ferne durch Radarstrahlen abgefragt werden. Damit ist es möglich, Monitorbild, Tastaturanschläge und so weiter und so fort zu überwachen, ohne dass ein Rechner halt eben mit dem Internet verbunden sein muss dazu. Das veranlasst mich dann halt zu der Frage, ob, nee, noch eingangs, Berichten zufolge sind damit EU-Vertretungen in den USA abgehört worden, also auf Rechner zugegriffen worden, die eben keinen Internetzugriff haben. Sind Ihnen entsprechende Angriffe auf Rechner der Landesbehörden, Landesbetriebe oder anderer öffentlicher Einrichtungen hier in Nordrhein-Westfalen bekannt? Herr Abgeordneter, mir ist bekannt, dass dazu die technischen Möglichkeiten bestehen können. Keine Frage. Mir ist allerdings nicht bekannt, zum heutigen Zeitpunkt nicht bekannt, ob solche Angriffe dieser Art in Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen stattgefunden hätten. Ich gebe im Fall zu einer zweiten Frage, hat sich der Kollege Lärmlein gemerkt. Vielen Dank. Herr Minister, Sie sagten gerade eben, solche Abhörmaßnahmen von außen sind Ihnen bekannt. Daher frage ich Sie, gibt es bereits von der Landesregierung und den sicherheitsrelevanten Stellen rein prophylaktische Gegenmaßnahmen gegen solche Abhörmöglichkeiten von außen? Herr Minister, wenn ich mich richtig erinnere, es mag mir auch ein Fehler unterlaufen sein, aber ich glaube, ich habe es nicht so formuliert, wie Sie es gerade dargestellt haben, sondern ich habe formuliert, dass es mir bekannt ist, dass es dazu die technischen Möglichkeiten gibt. Ich habe nicht ausgeführt, dass dies stattgefunden habe, die Gewernern zur Weiterentwicklung. Und es gibt in der Tat auch in der Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen, auch insbesondere bei Kabinettsmitgliedern inzwischen Vorkehrungen, dass vertrauliche Sitzungen dazu zählen, beispielsweise könnten auch Kabinettssitzungen zählen, weil über diesen Weg eine Abhörung nicht stattfinden kann. Vielen Dank, Herr Kollege Schatzke. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister, meine Frage geht in eine ein bisschen andere Richtung. Angesichts der Enthüllungen und der Tatsache, dass man der Hard- und Software von großen Konzernen unter Umständen nicht mehr trauen kann, würde ich gerne wissen, wie Sie den Vorschlag bewerten, dass mit Landesmitteln die Entwicklung quelloffener Software und einer grundsätzlich neuen Hardwarearchitektur gefördert wird. Herr Minister. Ich habe die nicht ganz akustisch verstanden, aber ich interpretiere die Frage so, ob wir in der Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen darüber nachdenken, die Hardwareausstattung auszutauschen. Nee, dann bitte ich den noch mal etwas lauter. Moment, da möchte ich Sie noch einmal eindrücken. Sollen Sie sich noch einmal eindrücken? Also, nein, die Frage war, wie Sie angesichts der Enthüllungen, können Sie mich besser verstehen? Wie Sie angesichts der Enthüllungen, also wie bewertet die Landesregierung angesichts dieser Enthüllungen den Vorschlag, mit Landesmitteln quelloffene Software zu fördern und eine grundsätzlich neue Hardwarearchitektur? Herr Minister. Da gilt auch das, was ich vorhin eingangs mehrfach schon gesagt habe, wir können nicht beurteilen, ob diese Spiegelveröffentlichung und wir können deren Wahrheitsgehalt nicht beurteilen. Aber die Landesregierung plant jetzt kein Förderprogramm zum Austausch von Hardware- oder Softwarekomponenten, das mit finanziellen Mitteln gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern Nordrhein-Westfalens zu fördern oder zu finanzieren. Vielen Dank, Herr Minister. Es gibt doch noch eine Tat, wir wären am Ende gewesen, aber es hat sich noch der Kollege Rowe da angehört. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich möchte jetzt mal von den technischen Detailfragen ein bisschen weiter weg. Ich habe Verständnis dafür, dass Sie die nicht alle beantworten können. Ich kann Ihnen versichern, dass auch ein IT-Experte als Innenminister das nicht alles aus dem Steger wahrscheinlich hätte beantworten können, vollständig. Aber ich möchte jetzt eine politische Frage stellen, nämlich ob Sie der Auffassung sind, dass die Spionagetechniken, über die wir hier diskutieren, ausschließlich dem Kampf gegen Terrorismus und der Verhinderung schwerster Straftaten dienen. Herr Rohrer, ich danke für das Verständnis, dass ich nicht über alle Details, unsere technischen Details eines Geschäftsbereichs mit ca. 65.000 Beschäftigten informiert bin. Danke Ihnen ernsthaft. Ich hatte das, glaube ich, vorhin schon erwähnt, mal unterstellt im Konjunktiv, die Veröffentlichung des Spiegels seien zutreffend. Dann wäre es so, dass Manipulation von Hardware, aber auch das Anzapfen von Datenströmen nicht nur dem Ziel gedient hätte, der Kriminalitätsbekämpfung oder der Terrorismusbekämpfung, sondern insbesondere dem Ziel der Wirtschaftsspionage gedient hätte. Das habe ich vorhin schon gesagt. Das würde ich ausgeführt von einem befreundeten Staat als mehr als merkwürdig, wenn nicht sogar skandalös werden. Dankeschön. Herr Kollege Fricke. Vielen Dank. Sie haben die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, gerade schon mitbeantwortet. Okay. Dankeschön. Dann gibt es eine zweite Frage des Herrn Kollegen Hermann. Eigentlich eine erste, glaube ich, würde ich sagen. Nach der rechts ist die erste. Ja. Ja, danke. Herr Minister, Sie haben jetzt mehrfach betont, dass die vielen Behauptungen, Spiegelartikel und so weiter noch nicht bewiesen sind. Das ist ja prinzipiell auch korrekt. Aber es steht zumindest im Raum, dass Nachrichtendienste, ob es jetzt GCHQ oder NSA oder was auch immer, Hard- und Software manipulieren. Es ist so oft darüber gesprochen worden, dass diese, man muss schon annehmen, dass so etwas gemacht wird. Wird die Landesregierung zukünftig Ausschreibungen für Hard- und Software mit Blick auf diese Möglichkeiten, dieses Gefährdungspotenzial irgendwie anpassen? Also sich zum Beispiel weitere Garantien zu geben, die wertheitig sind oder in irgendeiner Art und Weise, wie gesagt, die Ausschreibungen anpassen, mit Hinblick auf die Möglichkeiten, die ja dann schon sehr deutlich zu erkennen sind eigentlich, die Manipulationsmöglichkeiten. Herzlichen Dank. Wie Sie gerade zu Recht dargestellt haben, ist es nicht bewiesen. Aber schlimmer noch, es gibt keinerlei Erkenntnisse, Herr Herrmann, im Land Nordrhein-Westfalen, aber scheinbar auch nicht bei Bundesstellen, die in irgendeiner Weise eine derartige Aktivität belegen oder ausschließen können. Insofern ist das völlig klar, dass wir bei der Beschaffung von Hardware nie in den Ausschreibungen stehen hatten, dass solch eine Möglichkeit gegeben sein sollte. Ganz im Gegenteil. Ob und wie weit wir im Rahmen des Vergaberechts solche Ausschreibungen anpassen müssen, für den Hinweis, danke ich Ihnen, werde ich mal in meinen Geschäftsbereich geben. Und wenn da möglicherweise Multiplikationen gemacht werden können, allein um rechtlich hinterher in einer anderen Position zu sein, dann kann man das gerne aufgreifen. Danke schön, Herr Minister. Herr Kollege Schwert, der Fragesteller, eine erste Frage. Bitte schön. Herzlichen Dank. Ich höre jetzt sehr viel von Ihnen, dass Sie sagen, Sie wissen nicht genau, welche Hard- und Softwareausstattung im Einzelnen vorhanden. Es fände sich auch kein Beleg. Sie nennen da sehr oft den Spiegel, was ich ganz interessant finde, weil wir den Spiegel gar nicht benannt haben. Die Frage ist vor diesem Hintergrund. Wie wollen Sie denn überhaupt der technisch ausgereiften Angriffsmethoden von Geheimdiensten entgegentreten, wenn Sie sich bis zum heutigen Tag noch nicht mal einen Überblick darüber verschafft haben, an welcher Stelle vielleicht gefährdete Technologie vorhanden ist oder welche Angriffsvektoren überhaupt existieren? Danke schön. Herr Minister, bitte schön. Herr Abgeordneter, ich habe nicht gesagt, dass wir uns keinen Überblick verschafft haben, sondern ich aufgrund der Fragestellung, wie sie von Ihnen mir vorgelegt worden ist, nicht in der Lage bin, Hersteller, Fabrikat, der entsprechenden Hardware in der Landesverwaltung in Nordrhein-Westfalen hier aus Erinnerung Ihnen vortragen zu können. Ich hatte Ihnen angeboten, ich denke, auf das Angebot wollen Sie trotz dieser Bemerkung auch weiterhin zurückgreifen, dass wir im Rahmen dessen, was uns möglich und vom Aufwand her vertretbar erscheint, eine solche Übersicht verschaffen wollen. In der Tat hatten Sie nicht die Zeitschrift Spiegel als Veröffentlicher dieser Methoden des NSA genannt, das war eine Interpretation von mir. Wenn es an anderen Stellen, in anderen Medien ähnliche Veröffentlichungen gibt, wäre ich Ihnen für den Hinweis dankbar. Danke schön, Herr Minister. Zweite und letzte Frage des Herrn Kollegen Schatz. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister, Sie haben jetzt viele Sachen nicht beantworten können. Bei einigen Sachen kann ich es nachvollziehen, dass Sie das hier nicht aus dem Kopf schaffen. Andere Sachen nicht unbedingt. Allerdings haben Sie auch gesagt, es liegen viele Erkenntnisse einfach nicht vor. Sie wissen es nicht. Vor dem Hintergrund Ihres Nichtwissens, frage ich Sie, sind Sie überhaupt in der Lage, die Bedrohung, die eventuell existiert, für dieses Land einzuschätzen? Herr Minister. Für eine solche Lagebeurteilung ist natürlich erforderlich, dass man Erkenntnisse hat. Ich bitte, auch wenn das jetzt nach Wiederholung klingt, sich einfach noch zu verdeutlichen, dass das Licht in diesem Dunkel, welche Aktivitäten die NSA zutreffenderweise durchgeführt hat oder was reine Spekulation ist, nur durch Bundesbehörden in der Gestalt durchgeführt werden können, dass die NSA dazu auf politischen Wege letztlich gezwungen wird. Ansonsten ist die Erkenntnislage sowohl beim Bund als auch naturgemäß dann in den Ländern mehr als dürftig. Ich habe vorhin schon mal gesagt, so etwas aus dem Schriftverkehr mit den Bundesbehörden, aber auch im Rahmen der Gespräche mit Vertretern der Bundesregierung erkennbar ist, dass ich den Wahrheitsgehalt, dass bei denen auch keine Erkenntnisse vorliegen, relativ hoch einschätze. Danke schön, Herr Minister. Herr Schwert, eine zweite Frage, bitte schön, Herr Schwert. Herr Minister, Sie sagten soeben, dass das meiste ja sei Spekulation oder nicht bewiesen. Zumindest in einem Fall wissen wir jetzt definitiv, dass die NSA-Wirtschaftsspionage in Nordrhein-Westfalen betrieben hat. Das handelt sich nicht. In einem Fall wissen wir jetzt definitiv, dass die NSA-Wirtschaftsspionage betrieben hat, und zwar bei der Essener Ferro Stahl. Dort wurde ein Angebot abgefangen und ein US-amerikanisches Unternehmen konnte dieses Angebot daraufhin unterbieten. Vor dem Hintergrund frage ich Sie, Herr Minister, sind Sie hier und heute bereit, die Aktivitäten und Programme der NSA grundsätzlich und öffentlich zu verurteilen? Herr Kollege, ich habe, glaube ich, keinen Zweifel daran gelassen, dass, wenn es zuträfe, dass die NSA nicht aus nationaler Sicherheit heraus, sondern um amerikanische Unternehmen Informationen von ihren Mitbewerbern aus Europa zuzuliefern, dass, wenn das die NSA als ein befreundeter Staat der Bundesrepublik Deutschland täte, das zu verurteilen, ist überhaupt keine Frage. Und noch mal, auch hier, Herr Abgeordneter, muss ich versuchen, möglichst präzise zu sein. Sie hatten formuliert, dass das meiste Spekulation sei. Zurzeit ist alles Spekulation, weil bei uns im Rahmen des NSA-Komplexes keinerlei Erkenntnisse zugeliefert wurden, insbesondere nicht durch die Bundesbehörden. Dankeschön, Herr Minister. Herr Schulz hat eine Frage. Bitte schön, Herr Schulz. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister, angesichts der Tatsache, dass der Erkenntnisgewinn ausgehend von den ersten Veröffentlichungen durch Edward Snowden und Presseveröffentlichungen jetzt schon ein halbes Jahr zurückliegt und der Erkenntnisgewinn offensichtlich auch in der Zukunft, auch nach Ihren heutigen Aussagen, noch auf sich warten lässt. Wir gleichwohl aber doch von einer, wie auch Sie eben persönlich meinten, Bedrohungslage ausgehen können. Sehen Sie sich, also das Land Nordrhein-Westfalen, wie aber auch die Bundesbehörden, mit denen Sie ja eng zusammenarbeiten, in diesem Komplex der Beurteilung und Erkenntnisgewinnung bezüglich Bedrohungslagen bezogen auf Bürgerinnen und Bürger des Landes Nordrhein-Westfalen als hilflos an? Und wenn nein, was wird von Ihnen veranlasst, als Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen, um den Erkenntnisgewinn zu fördern und gegebenenfalls auch auf die Bundesebene insoweit einzuwirken? Herr Schulz, Sie sind nicht Mitglied des Innenausschusses, deshalb können Sie es nicht wissen. Das soll jetzt auch kein persönlicher Vorwurf sein, sondern im Innenausschuss haben wir diesen Fragenkomplex mehrfach erörtert. Ich habe sehr deutlich gemacht, dass ich den Informationsfluss von Seiten der Bundesbehörden in Richtung der Länder derart kritisiere, dass wir keinerlei Erkenntnisse vorliegen haben zu allen Bereichen dieses NSA-Komplexes. Und ich will es jetzt ein drittes Mal wiederholen. Ich habe inzwischen auch das Gefühl oder die Wahrnehmung nach Gesprächen der Vertreter der Bundesregierung, dass, wenn diese Bundesregierung oder die Bundesbehörden erklären, selbst keine Erkenntnisse zu haben, dass diese Aussage einen hohen Wahrheitsgehalt hat. Dankeschön, Herr Minister. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann schließen wir die Fragerunde. Nicht die Frage Stuttgart.